In der Webex App stehen Ihnen alle grundlegenden Funktionen von Webex zur Verfügung. In diesem Video stellen wir Ihnen die wichtigsten davon vor. Auf der linken Seite der App finden Sie diese Leiste, welche Sie auch ausklappen können. Hier sehen Sie bereits die verschiedenen Funktionalitäten. Ganz oben finden Sie den Bereich Nachrichten. Hier können Sie Kurznachrichten mit einzelnen Personen austauschen oder aber auch über Gruppenchats in kleineren Teams kommunizieren. Auch das Teilen von Inhalten ist hier möglich. Der zweite wichtige Bereich ist der Bereich Anrufe. Hier finden Sie die Liste Ihrer letzten Gespräche und können andere Hochschulangehörige Personen suchen und anrufen. Steht Ihnen der Webex Telefondienst der Hochschule zur Verfügung, können Sie hier auch Telefonnummern anrufen. Mehr dazu finden Sie im entsprechenden Video. Der letzte wichtige Bereich ist der Bereich Meetings. Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer anstehenden Meetings und den Link zu Ihrem persönlichen Meetingraum. Außerdem können Sie hier spontane Meetings starten oder Meetings planen. Mehr zum Thema Meetings allgemein als auch zum Thema Meetings planen finden Sie wieder in den entsprechenden Videos. Klicken Sie hier oben auf Ihr Profilbild, öffnet sich ein Menü, über das Sie unter anderem Ihren Status und Ihre Verfügbarkeit ändern, Ihr Profil bearbeiten und Einstellungen für die App vornehmen können. Unter Profil bearbeiten können Sie Ihr Profilbild und Ihren Anzeigenamen ändern. Unter Einstellungen finden Sie zum Beispiel die Audio- und Videoeinstellungen, die Möglichkeit, die Farbgebung der App-Oberfläche zu ändern und vieles mehr. Zu guter Letzt finden Sie hier oben das Suchfeld. Hier können Sie nach Personen aus dem Hochschulumfeld suchen und diese direkt per Audio- oder Videoanruf kontaktieren oder per Doppelklick einen Chat mit Ihnen starten. Sie können hier auch, wenn vorhanden, eine Meeting-Kennnummer eingeben, um direkt in ein Meeting zu gelangen.